Hallo Afrobs, herzlich willkommen im Nobelstein-Studio von Gloobricks. Ich bin wieder der Olli und bei mir ist der... Stefan, ich grüße euch. Hallo Stefan. Hallo Olli, hallo Afrobs. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und du hast gleich was Tolles mitgebracht. Das musste ich dir natürlich zeigen. Ich habe ja gesehen, du bist der Experte, was Brickheads angeht und auch unsere asiatischen Figuren. Und ich durfte mir zwei Sets aussuchen. Zum einen einmal dieses Set mit dem Pfirsichbaum habe ich mir rausgesucht und noch einen passenden Reiter dazu. Und die zwei sind es geworden. Ja, fühle mich erstmal gespeichert. Also den Expertentitel, das nehme ich gerne. Und ja, wie hat das Bauen? Super einfach, also wirklich sehr simpel. Das sind ja alles die klassischen Bausteine, die da hauptsächlich verbaut werden. Nichts Kompliziertes, alles gut erklärt. Bauanleitung ist super simpel. Also wirklich entspanntes Bauen. Okay, insgesamt entspanntes Bauen. So, dann tun wir erst das kleine Set beiseite. Kommen wir später dazu. Ich zeige erstmal das große Set. So, erstmal, das ist die Verpackung. Auch mit so tiefem Druck oder sowas. Mit einer Prägung mit Beinen. Ja, eine Prägung war dabei. So, die Rückseite. Und das ist jetzt die Anleitung. Auch, sage ich mal, nummerierte Tüten, Stefan. Ja, die sind einfach von den, man baut erstmal die Menschen. Also man hat ja drei Menschen bei dem Set zur Auswahl. Okay. Da kann man sich eigentlich eins aussuchen und das dann der Reihe nach bauen. Oder halt so, wie es in der Bauanleitung ist, als letztes und vierten Bauschritt baut man dann die Plattform mit dem Bau. Also diese Platte, okay. Genau. Gut. Und ich denke, du weißt nicht, was das ist oder wer das ist. Nicht ganz, nein. Nicht ganz. Okay. Da erkläre ich mal Geschichte im Hintergrund. Das sind wieder Figuren zum Thema Drei Streitende Reiche aus alten China. Und wir haben dann drei quasi Kernfiguren von dem Königreich Shu. Ja, das ist so, dass die sind in heutiger China, sie sind im Bereich von Sichuan, sind die quasi etabliert. Und wir haben den Hauptfürst, er nennt sich Liu Bei. Ja, und dann, er ist quasi von den drei Figuren, der ist der große Bruder. Und was diese Szene dastehen soll, diese drei Leute, diese drei Männer schließen gerade Brüderschaft in dieser 40 Blumen Garten. Und dann trinken wir einen Wein und sagt, der Himmel ist oben und die Erde ist unten. Wir drei schließen heute unsere Brüderschaft. Okay, sehr gut. Und wir können nicht zum gleichen Tag geboren sein, aber wir wünschen, dass wir zum gleichen Tag sterben. So was, also so ein Schwur liefern sie ab. Also das ist der Kernfigur, er nennt sich Liu Bei. Und er hat nur dieses eine Schwert? Er hat nur das eine Schwert. Okay, weil rein geschichtlich gesehen, der Liu Bei führt nämlich Doppelschwerter. Und das nenne ich Doppelfadenschwert. Also diese Waffen von den Figuren haben ja einen künstlerischen Namen, sozusagen Doppelfadenschwert. Das ist auch, sage ich mal, nicht der Krieger, das ist eher so der Fürst, der so ein bisschen entscheidet. Der Warlord, ja. Der Diplomat für den Schlägerei hat ja quasi seine Brüder. Und wir haben hier diese grüne Figuren. Das ist Guan Yu. Das ist der zweite ältere Brüder jetzt in dieser Brüderschaft. Und das ist richtig, weil Legende nach hat er auch wirklich langen Bart und eine rotes Haut. Ein wirklich komplett rotes. Ich habe mich auch gewundert, ob sie sich da vertan haben. Nein, das ist Legende nach hat Guan Yu quasi lange Schnurrbart und rote Haut. Und dann haben sie es getroffen, das passt. Ja, das ist auch getroffen. Rote Haut hat er. Und er führt nämlich diese See, ich habe das gerade ein bisschen demontiert. Also diese Waffe, was er da hat, hat auch einen künstlerischen Namen. Das nennt man quasi Halbmundklinge von Grünem Drachen. Von Grünem Drachen. Ja. Er ist der Grüne Drache wahrscheinlich. Ja, er ist nicht der Grüne Drache, aber diese Waffe hat ja jetzt so einen künstlerischen Namen. Qinglong Yuan Yuan Dao heißt es auf Chinesisch. Halbmund des Grünem Drachen. Halbmundklinge, also das Halbmundklinge, weil das so geschworene Form ist, von Grünem Drachen. Ja, sehr cool. Und er gilt auch als sehr, wie sagt man, handsome auf Deutsch. Also sehr nice guy. Also der ist ja total beliebt und sowas. Man nennt ihn auch Herrn mit sehr guten Gesichtshüge. Also Mei Yang Gong nennt man den auch auf Chinesisch. Ja, weil der ist immer so richtig, sag ich mal, nicht arrogant, aber der ist so ein bisschen, der redet nicht viel und so. Ist sehr mysteriös, so von Filmgeschichte her. Also das ist der Guan Yu, der zweite ältere Bruder. Und einer fehlt noch in der Sammlung. Einer fehlt noch in der Sammlung. Das ist der, unser Nummer drei. Das ist der Zhang Fei, heißt der. Ja, also der Bruder Nummer drei. Er hat auch eine Waffe bei sich. Und die Waffe nennt sich das Acht-Zang-Sperr. Zhang ist eine alte chinesische Maßanheit, das entspricht 25 Millimeter Zentimeter, 25 Zentimeter ungefähr. Und Legenden nach soll dieser Speer 8x25 Zentimeter, zwei Meter lang, zwei Meter lang oder so was, so ungefähr, also jetzt nicht, also vom Verhältnis nicht, aber auch sehr lange Speer hat er. Und er ist auch von, also er und sein großer Bruder, also quasi zweitältiger Bruder, ist quasi in Kampfkunst sehr weit. Und so Legenden nach konnte die zwei quasi in den Zehntausenden-Mann-Truppen den Generaloberhaupt quasi einfach abschlachten. Weil die anderen ihnen nichts tun können? Nö, gegen den, die beiden kann man nicht abwehren, weil die sind ja so doll und dann die einfach reiten durch und dann schlachten quasi den Truppenführer von feindlicher Streitmacher. Bei mir zu Hause ist im Regal alles bisher heil geblieben und die haben sich zurückgehalten. Ah ja, sie haben sich noch nicht in die anderen Noppensteinsätze kaputt gehauen. Genau, alles gut. Alles gut. So, wir haben die Szenerie hier. Hier haben wir diesen Pfirsichblumenbaum, also Pfirsichblumengarten. Also nennt sich auch die Brüderschaftsschließung Pfirsichblumengarten, also eigentlich. Und da sind jetzt drei Schüssel für Reisschnaps, das heißt, dieses Ritual ist quasi, man trinkt quasi das Reisschnaps aus und dann schwort bei Himmel und Erde, dass man quasi dieser Schwur quasi bis zum Tod erhält. Ja. Sarke wäre das dann, oder? Sarke-Schein. Ja, weiß ich nicht mehr, aber nennen wir das einfach mal Sarke, damit unser Zuschauer so ein bisschen, was wir erzählen, hat. Also was Hochprozentiges, sagen wir es so. Ich dürfte mir auch noch einen vierten aussuchen und zwar hat man eine Übersicht. Ich glaube, auf der einen Bauanleitung ist auf der Rückseite noch was mit drauf. Da sieht man einmal das komplette Sortiment und alle Pfirsichblüsten. Das sagen wir gleich, oder? Zum Schluss. Da dürfte ich mir mit einen aussuchen. Das sind jetzt alles mit Pferden, oder? Das sind alles jetzt Figuren mit Pferden, wobei die drei kommen nochmal quasi auf Pferden vor, oder? Da gibt es auch nochmal Briten. Genau, ich hatte geschaut, dass ich einen von den anderen nehme. Und welcher ist es geworden? Das ist der hier, der Zhao Yun. Zhao Yun. Ja, das ist ein General von ihm. Und den lassen wir jetzt erstmal vorreiten. Hier auf den, also auf den, ich habe gar nicht gesehen, die haben die auf dem Produkt der Schilder. Also hier nochmal kurz, da steht nochmal hier Brüderlichkeitsschließung im Pfirsichblütengarten. So, auf Chinesisch, Tao Yuan Jieyi, steht das nochmal drauf. Hier auf ihm, da steht einfach der Name von der Figur drauf. Zhao Yun, in Chinesisch geschrieben. Auf dieser Fahne steht auch ein Chineses Zeichen, das nennt man Shu. Das ist quasi der Staatsname von ihm hier. Shu. Also quasi der heutige Sichuan. Und ja, ich finde das besonders, der kann den Kopf drehen. Ja, das stimmt. Die anderen nicht, ne? Die anderen haben keinen beweglichen Hals. Die anderen haben auch ein Gelenk, allerdings unten in der Platte eingebaut, dass du die auf den Tisch drehen kannst. Aber nicht den Kopf drehen. Das ist cool. Habe ich noch bei keinem Brickset gesehen hier. Ich fand bei denen wirklich beeindruckendes Pferd. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Es gibt ja selten, sage ich mal, baubare Pferde. Wir hatten neulich eins mit in der Kutsche. Das war recht groß. Von 8 Uhr, die Kutsche. Ja, das Video habe ich auch gesehen. Ja, diese königliche oder royale Kutsche. Das ist auch ein sehr schönes Set. Und jetzt kam halt bei dem Set noch ein weiteres Modell von Pferden, was bebaut wird. Das ist sehr viel stabiler. Also das kann man auch anfassen. Da kann man darauf reiten, leider nicht. Aber die sehen wirklich richtig gut aus und ist richtig, richtig stabil. Ja, also gefällt mir auch gut. Auch viele, sage ich mal, so Metallic-Teile hier. Zum Beispiel dieser Verzierung hier bei ihm. Auch hier überall bei jedem so ein bisschen. Gold-Metallic. Du hast einmal immer diesen Rollschuh mit dabei, mit der 1x1 Jumping Plate in Gold-Metallic mit bei. Ja, ziemlich schön. Nochmal zu dem Modell selber. Das ist quasi, wie ich eben erwähnte, ein General von ihm. Auch sehr kampfstark. Und er führt auch eine Waffe mit sich, das auch einen künstlichen Namen hat. Das ist auch ein Speer. Das ist nämlich der Speer von, der Silberner Speer von Drachengallen. Okay. Ja, also muss man nicht verstehen. Du kennst die alle auswendig. Das ist ja faszinierend. Ja, oder Drachengallen oder Drachenmut. Nicht Wut. Drachenmut. Also das ist quasi so eine Waffe für mutige Männer. Also sozusagen. Also Drachenwut. Ja, ziemlich schön. Ich zeige nochmal die von dir erwähnte Übersicht. Man sieht nochmal hier, das ist nochmal der Guan Yu. Das ist nochmal der Zhang Fei, der hier. Und das hast du ja nochmal gebaut hier. Das ist Zhao Yun. Ich wollte eigentlich Lu Bu mit rausnehmen. Ja. Aber der hatte ein rotes Pferd. Und ich dachte, von den Pferden hätte mir das Weiße sehr viel besser gefallen. Okay. Deswegen habe ich dann mich für diesen entschieden. Ansonsten wäre es der Lu Bu geworden. Okay. Mit diesen Federn auf dem Kopf. Okay. Das sah schon sehr cool aus. Das ist auch richtig, dass der Lu Bu ein rotes Pferd hat. Weil, Geschichte gelegen, hat er wirklich auch ein rotes Pferd. Das nennt man Chitou Ma. Also Pferd mit dem Namen rote Hase. Okay. Ja, Chitou Ma. Und der Lu Bu ist dann im Kampf, wurde er quasi gefangen genommen. Und dann wurde er dann hingerichtet von seinen Gegnern. Und zwar von ihm hier, das ist der Zhao Zhao. Ja, also er hat ihn gefangen und er hat ihn dann hingerichtet. Und dann das Pferd, was der Lu Bu hat, hat er, hat der Zhao Zhao dann den Guan Yu geschenkt. Deshalb hat der Guan Yu auch so ein rotes Pferd. Da passt er dann zur Hautfarbe. Ja. Wird ja auch rot. Genau. Super. Und hier haben wir den Xia Hou Chun. Das ist auch General von Zhao Zhao. Das ist ein General von ihm. Und dann hier, das ist der Ma Zhao. Das ist General wiederum von Liu Bei. Und ebenfalls hier der Huang Zhong ist auch General von Liu Bei. Also der Liu Bei hat ja quasi Legende nach fünf kampfstarke Generäle, die wie fünf Tiger unterwegs sind. Das sind quasi sein Bruder hier, der Guan Yu, der Zhang Fei, der Zhao Yun und Ma Zhao und Huang Zhong. Und das sind so fünf Generäle von ihm, also die quasi kampfstark sind. Und das sind also die geschichtlichen Hintergründe von den Sets. Ja. Oh, das war eine Menge geschichtliches Wissen. Ja. Hast du sonst noch was mit zu zeigen? Ansonsten würde ich die Sets gerade mal zusammenfassen. Ne, im Moment nicht. Ich fand es halt jetzt diese drehbare Kopfzinn, wie schön. Mir hätte es irgendwie hier auch gefehlt. Wie wird das quasi jetzt da schon befestigt? Ach so, okay. Du kannst da einfach umbauen. Du hast ja unten die Möglichkeit, die Plate, die Turning Plate einfach oben halten zu bauen. Richtig, ja. Einfach mal oben auf den Hals gezogen. Und das Teil, was du dann Spaß baust, unten in den Fuß ein, dann hast du sie auch mit beweglichen Köpfen. Sehr schöner Sets mit sehr schöner goldenen Farbe. Danke, dass du uns mitgebracht hast. Und du darfst sie nochmal zusammenfassen. Sehr gerne. Ja, vielen Dank für den geschichtlichen Hintergrund. Und zwar haben wir hier zum einen, hilfst du mir beim Aussprechen, das wäre Zhao Yun von der Marke Dekul. Zhao Yun, richtig. Zhao Yun. Ja. Setnummer ist die 68018 mit 413 Teilen für 14,95 Euro. Es war absolut entspanntes Bauen und die Maße von dem kleineren Set sind 9,5 cm mal 9,5 cm auf 17 cm. Das größere Set wäre dann Zhao Yun. Oder wie wird es ausgesprochen? Zhao Yun Jie Yi. Zhao Yun Jie Yi. Lass mal das auch gelten. Nimm die Tonspur vom Olli und leg die bei mir mit drauf, bitte Bartosz. Ebenfalls von der Marke Dekul. Artikelnummer ist die 6802 und die 3. 887 Teile sind es für 29,95 Euro. Ebenfalls entspanntes Bauen, allerdings ein bisschen größer bei den Maßen. Und zwar 9,5 cm in der Tiefe, 19 cm in der Breite und 19 cm in der Höhe. Dank des Pfirsichbaums. Ja. Ja, ansonsten hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und es sind wirklich sehr schöne Display-Modelle. Also es ist jetzt nicht, sage ich mal, wild zum Spielen oder mit Funktionen. Der Baum ist auch sehr filigran. Wenn man da oben, sage ich mal, dran rumwackelt, geht der einen gerne mal, knickt der gerne ab. Der ist halt nur mit 2x2 Steinen befestigt an der schmalsten Stelle. Ja, hier, ne? Genau, genau. Und oben lastet schon recht viel Gewicht drauf. Das steht so, auch schon recht stabil. Aber man darf nicht so mit rumwackeln, ansonsten fällt man den Baum. Ja, auf den Kopf. Und dann den tut es dann weh. Das war es dann mit der Brüderschaft. Das ging dann schnell. Ja. Ich bin gespannt, was noch alles kommt und freue mich auf die nächsten geschichtlichen Hintergründe. Ich mich auch, ja. Und dann, gut, das war es dann für heute aus Noppenstein-Studio. Denn wir wissen ja alle. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächstes immer noch mehr. Und bis dahin. Tschüss. Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Ciao. Das ist ja so ein... Da steht auch Cute Headbrick. Ja, genau. Süßer Kopf.